Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Deus Ex Mankind Divided. Wir haben jetzt da wieder ein paar Bullen auf dem Gewissen, weil wir so gemeinsam. Na gut, dann nehmen wir das ganze Zeug mit, was uns die Herrschaften hier zur Verfügung stellen. Dann ein Credit Chip. Wir wollten unbedingt noch diese rote Ebene hier anschauen. In der Kamera kann ich ja keine entdecken. Es ist wieder nur Zierte. Es macht Lust auf mehr. Und dann kann man es sich nur angucken. So da, Sicherheitsstufe 2. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich hätte da müssen sagen, hier. Ja, schön. Spam machen wir auch noch. Sehr schön. Haben wir das geklärt. Halten uns nicht lang auf mit dem Scheiß. Und setzen uns wieder hin. Oh, da liegt jede Menge oben. Ja, Credit Chip, E-Book. Einmal blättern und wieder raus. Gibt wieder Punkte wie ohne Ende. Ein Glas von dem Whisky. Ne, das habe ich jetzt getrunken. Intelligent. Gut. Das erklärt einiges. Ja, da haben wir noch zwar Behältnisse. Ja, sehr schön. Öffnen. Standortgewehr, passt. Und jetzt. Unerfällig wie eh und je. Oh Gott, natürlich müssen wir auch die Knarre wegstecken. Wo bin ich hier? Was ist denn das für ein Scheiß? Eine Gasmine nehmen wir mit. Durch was wird die ausgelöst? Herr Jensen, hier spricht Botko Valley. Wie ich höre bist du im Otolec-Komplex. Überwachen Sie mich, Botko Valley? Du schuldest mir noch einen Gefallen. In den Stedri-Märkten gibt es einen Ladenbesitzer namens Galua. Erledige ihn. Attentate sind nicht mein Ding. Du hast mir die Hand drauf gegeben. Wie du es machst, ist mir egal, aber ich erwarte, dass du Wort hältst. Ja, so ist das, wenn man jemanden einen Gefallen schuldet. Da war mal interessant. Was? Wir haben nur zwei Punkte. Ah, eins zu weit. Okay. Okay. Okay, fünf Etagen nach oben. Machst du ihn da? Krassi. Sollen Sie Fahrräte? Ja. Ich habe einen Händler gefunden. Ich suche nichts davon. Dann bist du sicher auf einen Deal aus, Großer. Mein Name ist Entity und ich habe die beste Tech in Golem City. Was darf es denn sein? Praxispunkte, Praxispunkte. Ja. Ja. Ex. Und ich verstehe es sogar. Er wollte immer was bewirken. Die Ark sorgt hier drin für viele mit Essen, Kleidung. Sie geben vielen Leuten Hoffnung. Ich verstehe das. Aber irgendwas am organisierten Verbrechen macht mir einfach Angst. Du hältst die Ark für gefährlich? Nein. Weiß nicht. Weiß nicht. Scheiße. Wahrscheinlich. Aber mein Problem ist eher dieses kollektive, schwarmähnliche Denken. Deswegen habe ich auch nichts mit Religion am Hut. Und mit Buchclubs. Da wir uns hier immer besser kennenlernen, kann ich sonst noch was für dich tun? Mäuschen und bin verheiratet. Vergiss es. Wie kommt es, dass du Tech in Golem City verkaufst? Alle Bordelle waren voll. Also musste ich mit meinem alten Hobby über die Runden kommen. Welches Tech-Unternehmen hat dich gefeiert? Bobson Synthetics. Ich war Bio-Zellendesignerin. Aber dann ist beim Zwischenfall ziemlich heiße Scheiße in meiner Hand explodiert. Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Aber lassen wir das Depri-Zeug. Ich komme klar. Wollen wir das Thema wechseln? Schauen wir mal, ob du Praxispunkte hast. Ich kann nämlich zwar kaufen. Wenn du mich so zweideutig fragst, habe ich wohl keine Wahl. Nein. Ne, wir kaufen. Äh, eigentlich wollte ich... Ach, egal. Kaufen. Verbrauchserwirkte. Nein! Übertaktungssoftware Nookvirus 150. Was bringt ein Nookvirus? 60. Ja, das verkaufen wir mal, dass wir einen Platz haben. Aber leider hat die gute Dame keine Praxiskits. Also bei dem Händler, wo er der Praxiskits hatte. Das war es eigentlich, ja. Habe ich kein Geld gehabt. Jetzt habe ich Kohle, aber kein Händler. So. Falls du es dir anders überlegst, Entity hat alles, was du brauchst. Interessiert dich vielleicht noch etwas anderes? Nicht wirklich. Weißt du, Entity, ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Oh. Schade. Versprich mir aber, dass du bald wieder kommst, Schätzchen. Oh. Oh. Ne, ehrlich? Ich werde mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Ich werde mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Ne. Also, T-Bur für ziemliche Sicherheit. Ich habe ihm eine Zugangskarte abgenommen. Und wenn die das öffnet, was ich vermute, gehört er zur ARC. Neugieriger Techno, ich telefoniere. Nein. Okay, wo kann er mich verstecken? Der hat immer eine Zugangskarte. Was willst du? Kann er mich doch irgendwo verstecken, wenn ich den umniete? Weg da. Ich habe den Bullen gefunden. War ich da schon drin? Flup. Kein Mensch ist da. Was haben wir hier Schönes? Ach Gott. Das braucht kein Mensch. Eine Vorratskiste. Story Objekt. Okay. Gut. Schön. Ja. Biozellen. Alle Welfermunition. Nehmen wir es mit. Ecker. Ich habe den Bullen gefunden. Aber ich habe... Naja. Andererseits, ich könnte... Gibt es da einen Schacht drinnen? Gehen wir weg. Keinen Schacht. Andererseits... Könnten wir da gleich mal was rausnehmen. Sehr schön. Ein E-Book. Machen wir ein bisschen was für ein Intellekt. Hat uns wieder 100 gebracht. Sehr schön. Ist das eine Tür? Da kann ich mich auch nicht verstecken. Auf gut Deutsch. Naja, heul du nur. Also, wenn ich den da oben umniete... Wo ist mein Bulle hin? Wo ist mein... Bist du der Bulle? Ne, du bist nicht der Bulle. Auch scheiße. Was bist denn du für ein Tier? Wo ist mein Bulle? Ich habe jetzt nicht echt den Bullen verloren, oder? Machen wir Platz da. Bist du verrückt? Was zum Teufel ist los mit dir? Ich kann nicht abhören zu titeln. Du bist ein Zivilist, gut. Mh... Mh... Ja, das schauen wir alles dann später an. Irenka Bauer. Okay, mit dem müssen wir reden, weil das ist... Wir kehrt anscheinend wieder zum... Irenka Bauer. Irenka Bauer. Sie sollten nicht hier sein. Sie haben mich geholt, direkt nachdem Sie weg waren. Das tut mir leid, Irenka. Das muss es nicht. Wenigstens muss ich mich nicht mehr verstecken. Nichts vortäuschen. An so einem Ort kann man die Augen nicht verschließen. Und ich wurde nicht als einzige mitgenommen. Warum bin ich nicht hier? Das verstehe ich nicht. Nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie einen Weg finden, das durchzustehen. Das hilft dir sicher. Wir sind Maschinen. Aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht. Wenn nur diese Sucht nicht wäre... Es ist sehr schwer, hier Neuropozin zu kriegen. Haben Sie vielleicht was übrig? Echt? Die nächste, die man Neuropozin aus der Tasche leiert. Ja, das ist das Mindeste. Das Mindeste? Das ist das Maximum. Mehr habe ich nicht. Danke. Und... nur damit Sie es wissen. Ich gebe Ihnen keine Schuld. Viele sind schuld daran, aber sie gehören nicht dazu. Ich hätte dich bloß nicht angequatscht. Ich hoffe, du hast da irgendwo Neuropozin versteckt. Oh Gott. Mist, Stück. Ist das ein Scheiß... Und ich habe meinen Bullen verloren. Was noch viel schlimmer ist. Ne, wir wollen nicht reden. Reden bringt Unglück. Scheiße. Echt, ich habe den Bullen gehabt. Mit der Scheiß-Drecks-Zugangskarte. Ist der da drin? Komm raus. Ist doch eine Tür, oder? Anscheinend nicht. Ach weia, das ist ja jetzt ätzend. Rufe 1. 1. 1. Gedeckte. Wer bist denn du? Ein Toter, der nichts in die Taschen hat. Na ja, ist klar. In der Gegend. Wenigstens am PDA. Ah, da geht ein Strich nach links. Oder bilde ich mir das nur ein? Da hinten haben wir einen Datensprecher mit Null. Den nehmen wir dann natürlich mit. Den nehmen wir dann natürlich mit. Ja, jetzt da. Vielleicht doch, oder? Ich sage doch. Ähm. Aha. Du bist schwanger. Echt, dafür habe ich das gemacht? Scherz, oder? Nein, weg da. Ich will die Software haben. Na komm, zeig mit dem PDA. Na komm, zeig mit dem PDA. Ja. Gut. So, irgendwie hat es das hier nicht gebracht. Und mein Bulle ist noch immer weg. Ich könnte heulen. Wenn. Zeig her, eure Fressen. Das waren Bulle mit Glatze. Ich hätte mich sitzen lassen sollen, bevor ich herkomme. Komm nur hoch, komm hoch. Ich stimme da her und pfeife ein bisserl. Das nenne ich Hightech. Wir haben dich im Auge. Echt? Das wird übel. So viel steht fest. Geht er nach hinten, dann kriegen wenigstens die Leute keine Panik. Dann höre ich, wenn ihr mal zurückkommt. Das ist ein Kast. Das ist ein Kast. Das ist ein Kast. Schicane, sagen Sie Miller, die Mission läuft wieder. Ich habe einen Aufzugscode, der mich ins Arkgebiet bringt. Verstanden. Ich mache einen Überflug und checke die Gegend. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Ja, mache ich. Mach ich. Seht euch das an. Da haben wir eine Vorratskiste. Muss ich mal anschauen. Ich habe den Bullen gefunden. So da. Das müsste ja jetzt abgehakt sein. Achso, ne. Jetzt muss ich sie noch benutzen. Sekundärziel. Den Vogel reden. So, wo muss ich hin? 25 Meter. So. Das kriegen wir doch gebacken, oder? Der fällt sogar hier auf. Okay, okay, okay. Flup, 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 flup. Dann hier vor. So, ne. Poliertes Arschloch. Echt? Ne. Aha. Sehr schön. Durch angenehme Überraschung. Ich hatte bei dem Aufruhr draußen heute gar nicht mit Kunden gerechnet. Sind Sie Louis Gallois? Höchstpersönlich. Hat man mich empfohlen? Ich liebe zufriedene Kunden. Wer ist denn mein Wohltäter? Tibor Sokol. Ach, der arme Thebo. Adela weit bestimmt durch heute. Könnte mir auch passieren. Was kann ich für Sie tun? Ah. Lassen Sie uns über die Familie Dvali reden. Ich habe keine Ahnung, auf wen Sie da anspielen. Sie leiten das organisierte Verbrechen in Prag. Ihre Nummer zwei ist ein Mann namens Ota Botkoveli. Schon mal gehört? Nein. Tut mir leid. Der Name sagt mir nichts. Das ist schade. Dann können Sie mir also auch nicht sagen, warum ich Sie für ihn töten soll. Was? Scheiße. Dieser halslose Hurensohn. Scheint, als könnten Sie sich doch an ihn erinnern. Ja. Ja, verdammt. Ota, na klar. Das war mir nur kurz entfallen. Ihnen ist eine ganze Menge entfallen, oder? Ich arbeite für Otas Boss, den Kopf der Dvali-Familie, Radic Nicolace. Für ihn behalte ich Ota im Auge. Scheiße. Der andere Spion, Konstantin, ist bei dem Anschlag auf dem Bahnhof gestorben. Okay. Sie glauben also, Ota will den zweiten Spion, nämlich Sie, aus dem Weg schaffen und gegen Radic vorgehen. Das würde ihm gefallen. Die beiden führen seit Jahren ihren eigenen kalten Krieg. Aber mich und Konstantin loszuwerden würde nicht reichen. Ota braucht mehr Unterstützung in Prag und Georgien. Kann er das schaffen? Das einzige, das ihn daran hindert, seine Macht zu bündeln, bin ich. Aber Sie wollen mich doch nicht töten, oder? Nee, natürlich nicht. Wie so ein Pazifist. Nein, ich ziehe die Grenze bei Attentaten für Möchtegern-Gangster-Bosse. Zum Glück. Was wollen Sie dafür haben? Sie kriegen alles. Ha, geil. Vaklav Koller, welche Verbindung hat er zu Radic? Wenn ich das sage, tötet Radic mich. Sie sagten alles, oder ist Ihnen die Alternative lieber? Nein, 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 nein. Was Sie sagen, leuchtet ein. Gibt doch Sinn, was? Radic hat ein augmentiertes Bein. Und Sie sind jetzt die fünfte lebende Person, die davon weiß. Ich beschaffe Radic sein Neuro-Putzin und Koller wartet sein Bein. Im Gegenzug zahlen wir beide kein Schutzgeld. Radic schützt uns. Aber nicht besonders gut. Sie haben Glück, dass Ota mich geschickt hat und niemand anderer. Stimmt. Ich verlasse besser das Land, bis das alles vorbei ist. Ne, 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 ne. Und Louis Galois geht auch in Rente. Schade. Ich habe ihn wirklich gern gespielt. Versuchen Sie es das nächste Mal mit französischem Akzent. Es ist glaubwürdiger. Eins noch. Tibor hat gesagt, Sie könnten mich an allen Wachen vorbei ins Gebiet der Ark bringen. Stimmt. Ich öffne die Sicherheitstür im hinteren Bereich dieses Raums. Dahinter finden Sie eine Leiter, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Alles klar. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Vielleicht kaufen Sie was als kleinen Beitrag für die Luma Galois Fluchtkasse? Zeigen Sie mir, was Sie im Angebot haben. Die beste Auswahl der ganzen Stadt, wenn ich das so sagen darf. Ja, darfst du. So, kaufen! Nein! Nein! Da ist doch wieder nichts dabei. Munition. Ne, das war bei Verbrauchsobjekten dabei. Doch nicht bei Munition. Ist das ätzend. Verkaufen. Ich habe doch wieder irgendwas. Ja genau. Das. Das. Sonst haben wir nichts. Okay, das war's. Ich verstehe. Credits sind knapp. Ich geh dann mal wieder. So schnell? Ach, wie schade. Besuchen Sie mich bald wieder. Vodka Valley, hier ist Jensen. Ihr Problem im Utilek-Komplex wurde gelöst. Gut. Ich freue mich auf die Einzelheiten. Aber das muss warten, denn ich habe andere Dinge zu erledigen, die drängender sind. Ich melde mich in Kürze wieder bei dir. Okay. Gut. Und da geht's dann das nächste Mal weiter. Was geht's? Ach, quatsch mir nicht zu. Ähm. Ich bedanke mich recht recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde das Spiel einfach genial. Aber gut, das wisst ihr ja schon, das habe ich euch ja nicht zum ersten Mal gesagt. Ich sage einmal, kann der endlich einmal den Mund halten? Ja. So. Wie gesagt, nochmal Danke dafür. Jetzt der Ski ist ja am klein. Ja, danke dafür. Und wenn ihr mein kleines Projekt unterstützen wollt, wisst ihr wie das funktioniert mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitungen in sozialen Medien. Da war ich echt dankbar für und war echt klasse. Dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part gleich wieder. Tschau.